Dexter vor dir Nein Was macht der denn? Den hättest du nicht verdient Das hast du verdient Ja Alter der hat richtig viel Geld dabei Frexler ich gewinne für uns Seht das denn im Hauptmenü schon nicht oder? Äh im Hauptmenü Im Hauptmenü gegen die Träne Ha 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 Oh das ist ja schnell gekriegt